What's up liebe YouTube-Freunde und willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Freut mich an dieser Stelle wieder, dass du mit dabei bist bei unserer lieben Dead by Daylight Woche. Es ist momentan ziemlich schwer eine Lobby zu finden. Jetzt habe ich endlich eine und ich hoffe das Spiel klappt dann auch halbwegs gut hier. Denn jetzt habe ich ewig gewartet. Ich weiß nicht, was heute los ist, Freunde. Ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, warum hier die Lobbys so spacken. Aber gut, werden wir ja wohl hinbekommen. Und jetzt aber go 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 up ins Game, up ins Game, Freunde. Und natürlich muss es Haddonfield sein. Welch große Freude. Ja, wir spielen mit unserer Fengmin. Mit der lieben Fengmin. Einfach mal hier ab an den Generator. Ich habe nämlich Vorwarnung mitgenommen. Und jetzt die Frage, wenn es Michael ist, wird es wieder nichts bringen. Oh, da ist der Geist. Den mag ja auch niemand. Und dann gucken wir doch mal, ist es ein Camper oder ist es kein Camper? Uns egal. Wir lassen uns einfach nicht erwischen. Das wäre das Beste. Er liegt aber schon. Uh, das war knapp, Freunde. Das war richtig knapp. Ich habe das Mikrofon gerade ein bisschen anders aufgestellt. Ich hoffe, das passt soweit. Keine Ahnung. Das ist die erste Aufnahme in diesem Sinne, auf diese Art und Weise. Aber mal sehen. Okay, das ist gut. Wir sehen unsere Kollegen. Der eine hat, glaube ich, vor, hinzugehen. Und der andere macht den Generator. Moment mal, Freunde. Vielleicht sollten wir auch hin. Hier ist natürlich die Frage, okay, der holt den. Der holt den, Freunde. Wir gehen mal hier nach. Natürlich ein Camper, oder? Nee, er geht dorthin. Das heißt, runter mit ihr. Runter mit ihr und weg mit uns. Lass dich doch heilen. Wenn er kommt, kommt er sowieso. Also, was soll's, Freunde. Wo ist er denn? Okay, da drüben. Freunde, wir machen hier den Generator noch fertig. Der einzige übrigens, der fertig ist jetzt. Aber wenn ich mich noch recht erinnere, hat er doch... Ja, klar. Ja, klar, Freunde. Ja, ganz klar. Ja, klar. Sicher. Weil halt immer durchgeschlagen wird. Oh, Freunde, ey. Wie bescheuert war das denn wieder? Und natürlich bin ich hier wieder. Er bringt mich nicht in den Keller. Er bringt mich nicht in den Keller. Okay. Aber das war halt schon wieder so eine Fail-Aktion. Ich wäre eigentlich ausgekommen. Ich dachte, er kommt vielleicht noch. Aber nö. Jetzt campt er irgendwo da hinten wahrscheinlich. Was soll er sonst machen? Er ist ja ein Geist. Er muss ja campen. Achtung. Hier kommen wir gleich. Wetten. Obwohl, die Glocke war weit weg. Moment mal. Eigentlich kannst du mich heilen. Ich glaube nämlich, dass der da drüben verfolgt wird, Freunde. Von dem her egal. Aber wie ich halt wieder hineingelaufen bin. Denn es ist halt eine Katastrophe. So. Gut. Wir blockieren uns hier ziemlich. Ich möchte... Alter. Lasst mich doch mal. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, welche Generatoren gemacht wurden. Aber ich wollte eigentlich zu dem da... Links ins Haus, Freunde. Da hat doch jemand gewirkt. Aber ich weiß es nicht mehr, welcher es war. Wir haben hier ja wirklich einen Nicht-Camper-Geist. Das wundert mich ja, richtig. So, jetzt habe ich eigentlich keine Ahnung. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob hier überhaupt ein Generator ist. Wir haben mal ein Totem. Hallo. Was ist denn jetzt, Freunde? Warum diskonekten denn jetzt wieder zwei Leute? Ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Freunde, was ist jetzt denn wieder los? Ich liebe dieses Spiel heute dermaßen. Es haut einfach nicht hin. Wir haben einen Pip bekommen. Das wundert mich sogar. Hier steht 20, hier ist 12, ne? Okay, wir haben den Pip bekommen. Aber ganz ehrlich, Freunde. Ich weiß es nicht, was hier ist. Was ist hier los? Moment mal. Jetzt gehen wir mal ins Menü zurück. Okay. Der Pip ist aber da. Also ich habe keine Ahnung. Freunde, wir haben Dwight. Auf Level 49. Jetzt leveln wir hier noch weiter. Endlich mal Seel-Selbstfürsorge. Aber ich bekomme mit ihm echt nicht gar zu viel Perks. Ich glaube, ich muss ihn noch ziemlich weiter leveln. Beziehungsweise bin ich am überlegen, ob ich ihn nicht auch mal Prestige dann vielleicht sogar. Aber ich möchte eigentlich am Anfang, glaube ich, die Mag Prestigen. Aber ich weiß es noch nicht, Freunde. So, von den Minuten, das war eine sehr, sehr kurze Folge. Ja. Jetzt bin ich aber überlegen, soll ich die Folge überhaupt reingeben? Aber, ja, ich weiß es nicht, Freunde. Bringt auch nicht wirklich viel. Ich habe aber jetzt keine Zeit mehr zum Aufnehmen. Somit breche ich jetzt mal ab und ich überlege es mir dann, ob ich die Folge bringe oder nicht. Eigentlich wäre es ganz nice, wenn ihr mal seht, wie viele Probleme es die ganze Zeit gibt momentan. Ja, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020